Die Kinder, gleich beginnt die Show, meine Runde kommen gleich her. Sie schauen so lustig in die Welt und wuseln kreuz und her. Ein jeder will der Beste sein und zeigen, was er kann. Ich lade sie zum Turnen ein, wir fangen jetzt gleich an. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ein Mops da her. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ja noch viel mehr. Hallihallo, wie ist was los, das müsst ihr sehen, denn meine Möpsel Tonnen gehen. Dann hüpfen wir von Stuhl zu Stuhl und halten uns ganz fest. Und balancieren auf dem Stuhl, mein Gott, das ist nicht schwer. Komm, brauche ich ihn dann ein Leckerli, das freut uns alle sehr. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ein Mops da her. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ja noch viel mehr. Hallihallo, wie ist es los, das müsst ihr sehen, wenn meine Möpsel Tonnen gehen. Wenn dann die Musik auch noch spielt, dann ist das Grün komplett. Wenn unser Herrchen fröhlich singt, das finden wir so nett. Und alles klatscht, begeistert mit, die Stimmung riesengroß. Der Wald weiß, auch unser Lohn, wir legen noch mal los. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ein Mops da her. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ja noch viel mehr. Hallihallo, wie ist es los, das müsst ihr sehen, wenn meine Möpsel Tonnen gehen. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ein Mops da her. Hallihallo, wie ist es los, da kommt ja noch viel mehr. Hallihallo, wie ist es los, das müsst ihr sehen, Wenn meine Mütze Tonen gehen, ich find das alles wunderschön. Wenn meine Mütze Tonen gehen, jawohl!